Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Fall von Techalight mit dabei der Aero und 85 Meter und diese Nerven dem Miau. Und wir haben gesehen, in der letzten Aufnahme bei mir, die Krieger haben doch keine Katzenanstalt. Ja, wie man jetzt sieht, tut mir leid, weil meine Aufnahme ein bisschen zerflattert wurde, die letzte. Ich muss mir das erstmal selber gucken, was da passiert ist. Riecht aus. Bei mir hat's komplett alles zerfickte. Dieses böse Wort sagt man nicht. Tut mir leid. Ich bitte um meine harte und ungerechte Bestrafung. Super, ich hab's vor Sonnenuntergang wieder reingeschafft. Keine Ahnung, was das gewesen ist. Computer neu gestartet und dann ging's wieder. Ausschalten, einschalten, geht um wieder. Ja, das ist das Motto jeder Fabrik. Maschine spinnt, einschalten, ausschalten, läuft wieder. Richtig. So, dann lass uns mal. Wenn es nicht läuft, dann fluchen, schlafen. Und Creeper haben keine Angst vor Katzen? Ja. Juhu. Ich glaub, bei Difficulty 3 ist es egal. Naja, okay, gut. Difficulty 3 und ich nehm nur ein Steinschwert mit dem Ohr. Stimmt, ja. Aua. Ah, diese Katze nervt. Nur diese Katze, oder wie? Ich seh noch eine Katze. Wir haben ja noch eine Katze, oder wie viele Katzen haben wir? Ja, musst du Terror fragen. Terror noch ne Katze? Terror ist ne Katze. Ja, muss man mal gucken, was die denn noch machen. Wenn du mich jetzt killst. Na, die die Gott, ey. Na, die 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 Gott? Ja, mach so ne Druckplatte da hin. Die ist schon lang gemacht, da ne Druckplatte hin. Weißt du, was das Geile ist? Äh, bei Terror läuft fast alles automatisch. Da tut er im normalen Ofen, tut er, und das Eisen brennt. Boah, dann soll er einen Meserator nehmen. Ja, hat er ja nicht. Dann soll er den bauen, war ja die Aussage. Nein, das wird so nicht gehen. Du musst eins frei haben. Also baust du diese Geräte ab. Diese. Elbindo. Wenn du diese abbaust, nix gut. Die Geräte. Nö. Na, okay. Hm. Elbindo. Hoffentlich können wir uns irgendwann mal ein Haar, äh, so ein, wie heißen die Dinge, so ein, ein Farmer bauen. Harvester leisten? Ja. Ja, grün. Blau. Ja, muss hin. Heißt der Harvester, oder könnte man auch so einen elektrischen, wie heißt der Harvester, wie heißen diese Dinge? Ja, auf grün. Ach, wie heißen die? Ein Turkle, genau. Nein. So wie du guckst, so sitzen. So musst du gucken. Aua. Let him out like, aua. Geht doch. Let him out like, zickig werden. Nicht die. Ich stresst dich doch nicht. Wer stresst denn hier? Ja, wer stresst denn hier? Was pumpen hier? Und die Kartoffeln sind fertig. Kartoffeln? Hm, ich hab Hunger. Hm, ist Brot. Nein, in real life. Ach so, in real life hast du noch. Ich hab noch nix Frühstück. Ja, ich auch noch. Na doch, ich bin ja schon seit 6 Uhr wach, also... Das war überkünftig. 6 Uhr wach, aber um 8 Uhr aufgestanden. Dann wird er hingelegt. Oh, er schreibt sogar Sol. Kleiner Tipp am Ende. Ja, aber mit einem Solarpanel alleine musst du deine Anlage nicht betreiben können. Dann musst du trotzdem deine Generatoren laufen lassen. Kleine Werbung in eigener Sache. Den Kanal von Joschi findet ihr bei mir in der Videobeschreibung. Von der Kanal von Willa findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Oh. Ach so, verdammt, jetzt hab ich die Kartoffeln vergessen. Ach ja, mach mal nochmal. Wie scheiß das die... Warum ist die Query verpackt? Wieso ist die Query verpackt? Oh. Ich komm gleich auch nochmal hin. Da fehlt das Tragegerüst. Aber haus, dass ihr arbeitet. Ja. Ich komm gleich hin und guck mir das auch nochmal hin. Oder nimmst du schon einen Teil mit? Äh, kleiner Tipp. Wenn ihr Felder baut, ne, versucht sie vier breit zu machen. Und dann Wasser. Oder acht breit und dahinter dann Wasser. Warum? Das macht's besser? Warum? Nee, dann wird alles mit Wasser... Dann wird alles, äh, bewässert, richtig. Warum? Gibt ja genug Videos, die das beschreiben. Wie geht das? Ich wollte jetzt Query gehen. Vorher wollte ich noch einen Eisenswert mir holen. Äh, Silbererz. Ja. Zindast. Anste. 1, 2, weg. Wird schon wieder dunkel? Ja. Nee. Doch. Oh, ich kann mir wieder ein blaues Schwert machen. Yay. Wir sollten uns mal so, äh, Amboss. Ey. Danke. Hast du dich vertippt? Am... Oh, wir haben ja noch einen. Ah, wir können dann Amboss bauen. Ey, ich hab nur wieder... Fremder, aber. Ja, nicht, dass ich mich Terror mit seinem Boomerang da... Oder mit seinem Stock bewirft. Oh, ja. Sein heißes Stäbchen. Nee, Query ist alles gut. Läuft wie... Oh, ich find das so geil, dass mir voll die Lava aus mir... So, hell. Flintstone... Zinnohr... Oh, aber der ist schon unten übrigens, ne? Was? Ja, ja. Aber ja, du komm... Wo kommst du denn her? Also, er ist gerade mittendrin... Ist er rübergegangen. Hä? Wir müssen mal mal Kisten leeren. Nö. Alles gut. Ah! Meins. Nö. Jetzt steht ihr da in der Pampa am Strand. Aber ich glaube, ich... Guck mal, ob ich das jetzt rauskriege. Ich hab nämlich eben was entdeckt. Das muss ich unbedingt. Hüschi! Ich hab dich geschützt. Hüschi! Oh, da ist schon wieder ne Mieze. Ja, ja. Ah, die kommt sogar her, die kommt her. Mua! Diesmal war ich nicht schuld. Vielleicht ist nochmal notgeil. Ich glaub auch mal, ne? Vielleicht hört sie die andere Katze. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist die Katz? Wie heißt das? Oh, Miezi, 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 Miezi. Ja, so ist brav. Ja, so ist brav. Du ist brav. Ja, so ist brav. Nein! Terror! Er hat beinah zwei Katzen gehabt. Komm mit, mein schwarzer. Hier, warte kurz. Ich will dir mal was zeigen. Haha. Oh, ist nur Holz. Wo ist jetzt die Katz? Die ist immer noch an der Ecke. Ach, wer? Oh. Ja, Titel. Hä? Wir sind durch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.